Sie sind wieder da, liebe Zuschauer, ganz genau. Und natürlich für Sie auf Sendung unsere tollen und bequemen Bürostühle für zu Hause, aber natürlich auch gerne dann wirklich fürs Büro. Und wenn Sie Pearl TV kennen, dann wissen Sie ganz genau, unsere Bürostühle, das sind nicht einfach nur Stühle, die wirklich bequem sind, wo man sich einfach nur so hinsetzt, sondern die sind erstens von 1A-Qualität, die haben wirklich jede Einstellungsmöglichkeit, die sind extrem ergonomisch, da würde auf jedes Detail geachtet. Und wir starten mit dem Ersten. Diana und Kathi sind mit mir in der Sendung. Und Kathi wird uns jetzt erklären, wie Sie denn Ihren passenden Bürostuhl finden. Ja, es ist immer schwierig. Man sucht natürlich immer nach einem tollen Stuhl. Viele haben natürlich auch, vielleicht Sie ja auch immer Probleme beim Sitzen, wenn Sie länger sitzen, schnell mal Probleme mit dem Rücken. Und gerade da sollte man natürlich auf einen sehr, sehr guten Stuhl achten, sollte sich dann auch mal einen sehr, sehr gemütlichen, einen guten Stuhl zulegen, der Sie in Ihrer Sitzposition dann unterstützt. Und da gibt es natürlich hier diese Premium-Stühle. Und hier haben wir so ein tolles Modell. Der Preis ist einfach sensationell, weil gerade diese hochwertigen, tollen Bürostühle, die einfach diese ergonomische Form haben, die eine zusätzliche Polsterung haben, die dann auch alle Premium-Features mit haben, mit denen so ein Stuhl ausgestattet sein soll, damit er auch meinen Körper unterstützt. Die liegen dann gerne mal ab 350, 400 Euro preislich ungefähr. Hier bekommen Sie natürlich heute bei uns jetzt wieder den TV-Sonderpreis. Diese Stühle waren lange, lange ausverkauft bei uns. Deshalb sind wir wirklich so froh, dass wir sie jetzt hier heute wieder zeigen dürfen. Es ist quasi wieder eine TV-Premiere nach dieser langen Zeit, wo sie ausverkauft waren. Und dieses erste Modell, schauen Sie mal, das ist so fantastisch. Wir sehen jetzt hier schon mal die gepolsterten Armlehnen. Das ist natürlich sensationell. So was haben die wenigsten der Stühle. Gepolsterte Armlehnen, vor allem hier rüber auch, über die Kante hinaus. Das Ganze super schön gemacht. Weich gepolstert das Ganze, richtig dick gepolstert. Toll gemacht das Ganze. Sie können den Stuhl, Entschuldigung, selbstverständlich in der Höhe auch verstellen. Und natürlich auch in der Neigung verstellen, wenn Sie möchten. Das ist überhaupt kein Problem, sodass Sie hier Ihre Sitzposition optimal anpassen können. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Darauf sollte man immer achten, wenn man so einen Stuhl kauft. Höhen- und neigungsverstellbar. Dann haben wir selbstverständlich fünf Rollen unten drunter. Auch darauf muss man immer achten. Das ist natürlich hier auch dementsprechend vorgegeben immer, dass man hier einen sicheren und optimalen Stand hat. Diesen Fünf-Rollen-Stand, sodass Sie Ihren Stuhl perfekt auch hin und her bewegen können. Und dann natürlich auch immer hin und her rollen können, so wie Sie das möchten. Und dann haben wir hier natürlich einige Extras in diesem Stuhl. Diana, magst du mal ganz kurz aufstehen? Dann können wir uns das angucken, die hier zusätzlich, da sehen wir das gerade, mit eingearbeitet worden sind, die einfach sensationell sind. Einmal hier natürlich diese Laudosenstütze im hinteren Teil des Rückens. Da haben wir hier, ich drehe ihn mal so ein bisschen zur Seite, dann sieht man das. Diese Unterstützung hier nochmal für den unteren Rücken, sodass hier zusätzlich die Wirbelsäule unterstützt wird. Die dicke Polsterung hier in diesem Drei-Kern-System, unterschiedliche Kammern, schön dicke Polsterung, toll gemacht das Ganze. Das auch in der Sitzfläche und die Sitzfläche geht sogar hier bis vorne über die Knie hinweg nach unten runter, sodass einem hier die Beine nicht einschlafen können, sodass man hier wirklich einen ganz komfortablen, optimalen Sitz hat. Das erst mal zu dem Stuhl an sich, der hier wirklich schon perfekt geformt ist, sehr, sehr schön gemacht ist. Aber Ihnen ist wahrscheinlich direkt schon was aufgefallen und das ist das Highlight hier an der Seite. Da haben wir nämlich jetzt hier den zusätzlichen Luxus und Komfort. Der Stuhl verfügt jetzt zusätzlich hier über Massagefunktionen. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, drei Bereiche massieren zu lassen und zwar so, wie man das möchte. Es gibt hier unterschiedliche Intensitäten, die man einstellen kann. Wenn ich das anschalte, sehen Sie direkt Bereich A, B und C. Bereich A ist der Bereich unten, quasi im Popobereich, die Sitzfläche, die massiert wird. Bereich B, der untere Rückenbereich und Bereich C, der obere Rückenbereich. Sie können hier zwischen acht Massageprogrammen wählen, wenn Sie möchten. Acht Stück, die sind natürlich hier auch von Masseuren, von Therapeuten quasi voreingestellt. Das ist diese tolle Vibrationsmassage, die dann hier in unterschiedlicher Impulsität quasi arbeitet. Dann können Sie aber auch hier nochmal die Stärke dazu einstellen. Sie sehen das, je nachdem, wie stark man das haben möchte, stärker oder weniger stark. Und Sie können aber auch, wenn Sie möchten, einzelne Bereiche einstellen, wenn Sie das mögen. Wenn Sie sagen, ich möchte mal nur oben oder nur unten, weil Sie da Verspannung haben, ist das sehr schön. Und ein Programm läuft dann hier zum Beispiel 15 Minuten. Es geht dann auch automatisch aus. Sie können sich hier richtig verwöhnen lassen, können sich mal zurücklehnen, ganz entspannt, während Sie sitzen und es sich so richtig gut gehen lassen. Liebe Zuschauer, ich fasse das nochmal kurz für Sie zusammen. Wir haben hier wirklich einen sehr komfortablen Bürostuhl, der wirklich auch der falschen Sitzhaltung entgegenwirkt. Das ist ja wirklich ganz wichtig, wenn man häufig sitzt. Und das ist ja tatsächlich was, womit wir alle zu kämpfen haben. Es ist natürlich bequem, sich mal hinzusetzen. Natürlich, wenn man am Schreibtisch arbeitet, wenn man so ein bisschen dann auch zu Hause in seinem kleinen Büro sitzt und da Schriftverkehr mit den Behörden macht oder auch einfach mal nur eine Grußkarte schreibt, dann möchte man eben auch einen Stuhl haben, wo man es darauf aushält und wo man eben auch dann wirklich richtig sitzt. Die falsche Sitzhaltung, die macht uns krank, nicht nur am Rücken. Wenn der Rücken leidet, leidet unser ganzer Körper. Deshalb hier unser Angebot an Sie, ein Bürostuhl mit Massagefunktion. Das Ganze hier von Ergotherapeuten im Grunde programmiert und ausgearbeitet. Da wurde wirklich auf jedes Detail geachtet. Die Qualität des Stuhls, des Materials ist wirklich wunderbar. Allererste Sahne. Sie sehen es, die unverbindliche Preisempfehlung normalerweise 380 Euro hier. Jetzt für Sie zum TV-Sonderpreis 208,95 Euro. Sie sparen hier fast 50 Prozent zur unverbindlichen Preisempfehlung. Das ist ein Gedicht, wenn es hier wirklich ums Angebot geht. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und als i-Tüpfelchen noch oben drauf, liebe Zuschauer, müssen Sie gar nicht losziehen und ganz viele Stühle ausprobieren und den dann irgendwie nach Hause schaffen. Der kommt versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause. Wirklich hier ein Qualitätsstuhl, ein Merkmalen hier nicht zu übertreffen. Ganz tolle Einstellungsmöglichkeiten. Und wenn wir Diana fragen würden, dann würde die jetzt einfach nur lächeln, ganz zufrieden und sagen, jawohl, das stimmt alles. Ja, man entspannt sich total, wenn man in so einem tollen Stuhl sitzt. Und viele suchen ja vielleicht von Ihnen auch nach dem perfekten Stuhl noch für den Schreibtisch, für zu Hause, einfach an dem Platz, wo Sie gerne sitzen. Ach, diese Stühle sind so perfekt. Und es gibt einige Merkmale, auf die man achten sollte, wenn man einen tollen Stuhl sich zulegen möchte. Da gibt es dann auch natürlich viele Studien drüber. Einmal sollte Ihr Stuhl die natürliche Haltung Ihrer Sitzposition unterstützen. Dann natürlich individuell anpassbar sein und auch so ein bisschen die Bewegung fördern. Und das haben wir hier alles. Natürlich die natürliche Haltung wird unterstützt durch auch diese Laudosenstütze, die wir haben, durch diese tolle Polsterung. Dann natürlich individuell anpassbar durch auch hier die Einstellungsmöglichkeiten. Und die Bewegung wird gefördert nochmal durch auch diese Massagefunktion, die wir haben. Ja, die Bestellnummer, die brauchen Sie natürlich. Und liebe Zuschauer, wenn Sie die noch nicht hier oben abgelesen haben, dann bin ich natürlich für Sie da. Ich nenne Ihnen die Bestellnummer gerne NC 4972, die 569 mit der 569. Das kennen Sie bei uns bei Pearl TV. Da sichern Sie sich hier den TV-Sonderpreis von 208,95 Euro. Und nochmal für Sie das ganze Versandkosten frei. Und wissen Sie, warum Sitzen wirklich eine ganz wichtige Sache ist? Warum man das nicht so beiseite schieben sollte? Autohersteller kommen selbst in Kleinwagenklassen immer mehr auf den Trichter. Die bauen da Massagefunktionen in den Autositz ein, weil man einfach merkt und weiß mittlerweile, die Erkenntnisse der Wissenschaft sind da. Zu viel Sitzen macht uns krank. Natürlich im Auto sitzt man viel. Zu Hause sitzt man auch viel. Im Büro natürlich auch. Deshalb, liebe Zuschauer, nutzen Sie hier unsere Angebote. Und wir machen weiter mit einem noch, noch, noch viel hochwertigen Produkt. Genau, das ist das zweite Modell, das wir Ihnen gerne zeigen möchten. Das ist noch hochwertiger gearbeitet. Nochmal ein bisschen komplexer auch in seiner technischen Umsetzung, die wir hier haben. Und da sehen wir jetzt sehr schön auch hier mit dieser Kopfstütze, die hier noch eingearbeitet ist. Zusätzlich hier nochmal aufgesetzt. Das ist wirklich schön, diese Polsterung auch, auch hier mit kompletter Massagefunktion, mit allen Extras mit dabei. Das ist sensationell, das Ganze. Ich möchte aber nochmal auf das zu sprechen kommen, was du gerade gesagt hast. Gerade natürlich viele Hersteller beschäftigen sich auch mit dem Thema, wie sollte ein perfekter Sitz sein. Sei es jetzt ein Autositz oder natürlich dann auch ein Bürostuhl. Und da gibt es wirklich spezielle Vorgaben und da sollte man darauf achten, wenn man so einen Stuhl kauft, man sollte mal darauf achten, dass man eine hohe Rückenlehne hat. Der Sitz sollte auch dementsprechend breit sein und da gibt es spezielle Vorgaben. Sie sollten darauf achten, dass die Rückenlehne mindestens 45 Zentimeter hoch ist. Ach, guck mal. Und dann sollte auch die Breite der Rückenlehne mindestens 40 Zentimeter sein. Das kann man im Internet auch nachlesen, wenn man das möchte. Da gibt es viele Studien zu. Was ist wirklich am besten, auch für gerade den Rücken, wenn man Probleme mit dem Rücken hat. Und das können wir uns gerne ja bei unseren Stühlen auch nochmal anschauen. Wenn wir das möchten, ich habe extra mal so Maßnahmen mitgebracht. Ach gut, jetzt wird gemessen. Natürlich, wir wollen uns das mal anschauen. Also von unten, von der Sitzfläche wird gemessen. Schau mal hier. Und wir sehen hier, unsere Rückenlehne ist hier über 60 Zentimeter hoch. Wahnsinn. Wenn wir uns das anschauen. Und das Minimum, was es sein sollte, sind 45. Das wäre hier dann ungefähr. Genau, das wäre hier. So ein Stück mehr. Genau, von über 60. Das bietet nochmal zusätzlichen Komfort für den Rücken. Das zeigt schon, dass wir hier wirklich ein Premium-Modell haben. Und auch was die Breite angeht, da wird gesagt, es hätte mindestens 40 Zentimeter haben. Schau mal hier. Wir sprechen hier von schon über 50. Das sind 52 Zentimeter, die wir hier haben bei diesem Stuhl. Also da sieht man wirklich, was das hier für ein Premium-Modell ist. Man sollte immer darauf achten, dass man hier Armlehnen hat. Und dass man auch dann natürlich bei den Premium-Modellen eine Kopfstütze mit hat. Sie können die hier sogar abnehmen, wenn Sie möchten. Die ist hier mit einem Reißverschluss befestigt, sodass Sie das individuell auch Ihren Bedürfnissen anpassen können. Das ist hier wirklich super komfortabel gemacht. Also dieser Stuhl ist wirklich absolut Premium. Wir haben hier natürlich für Sie auch eine Massagefunktion, um sich zu entspannen. Das ist hier aber sehr schön gemacht und zwar direkt in die Armlehne eingearbeitet. Und zwar eine Knet- und eine Vibrationsmassage. Also hier Knet- und Vibrationsmassage. 14 Massagebälle bearbeiten hier Ihren Rücken. 14 Massagebälle in der Rückenlehne eingearbeitet. Sie können das Ganze in drei Massagestufen schalten, wenn Sie möchten. Ja, drei Intensitäten, die man einstellen kann. Das fühlt sich fantastisch an. Hier sehen wir es sehr, sehr schön, wie das dann arbeitet. Und unten in der Sitzfläche, da hat man zusätzlich noch eine Vibrationsmassage. Das fördert dann auch die Durchblutung in den Beinen. Das kennt man ja auch, Sie wahrscheinlich auch. Man soll ja dann auch beim langen Sitzen immer aufpassen, dass die Durchblutung angeregt wird. Kennen wir alle auch von den Flugkreisen. Da ist ja dann Thrombose-Risiko schnell mal da bei langen Sitzen. Deshalb immer darauf achten, dass da auch die Durchblutung angeregt wird. Deshalb hier zwischendurch einfach mal auch in der Sitzfläche die Vibration anmachen. Das wissen Sie, gucken Sie, wenn Sie sitzen, dann kann es schnell mal sein, dass natürlich hier dann auch, und Sie können selbstverständlich auch hier die Höhe perfekt auf sich einstellen, auch die Neigung einstellen. Und damit es dann nicht zu einer Durchblutungsstörung kommt, auch in den Beinen, können Sie jederzeit hier an der Seite natürlich auch die Vibration einstellen, sodass Sie hier einfach ein Knopfdruck ist das oder hier die Rückenknetmassage, dass Sie hier jederzeit dann diese tolle Durchblutung haben, dass Ihnen die Beine nicht einschlafen, dass Sie hier wirklich wunderschön dann auch dieses Massagegefühl so leicht und schöne Beine haben. Liebe Zuschauer, ich bin ein wenig neidisch auf unsere beiden Damen hier in der Sendung, dass die jetzt hier auf diesen tollen Stühlen sitzen. Die sind optisch schon ein Highlight, die sehen richtig toll aus, die sind klasse verarbeitet. Ja, sowas stellt man sich natürlich gerne auch zu Hause ins Büro, ganz edel, ganz hochwertig. Da ist wirklich nichts dem Zufall überlassen. Da, wo ein Bezug hin muss, da ist auch wirklich bezogen. Der sieht klasse aus und Sie haben es gerade von Kati in den Ausführungen, in der Erklärung gehört. Der ist wirklich hervorragend, der hilft, der unterstützt beim richtigen Sitzen, der massiert Sie an den richtigen Stellen. Das ist doch tatsächlich Wellness für zu Hause oder natürlich auch im Büro oder am Arbeitsplatz. Also wenn Sie sagen, Mensch, ich habe ein Büro, ich muss natürlich noch morgens immer raus, um zur Arbeit, ist genau das das Richtige. Wenn Sie jetzt einen Stuhl haben, überlegen Sie, ob der nicht ersetzt werden muss. Wenn Sie keinen Stuhl haben, dann, liebe Zuschauer, sind Sie ganz lange Zeit schon gestanden, Spaß beiseite, dann gönnen Sie sich jetzt was. Schauen Sie hier auf unseren TV-Sonderpreis. 332,45 Euro, auch hier, bis vor Ihre Haustür oder Bürokür, versandkostenfrei, kommt er zu Ihnen nach Hause. Und auch hier haben Sie dann einfach diesen tollen Mehrwert, nicht einfach nur ein Sitzmöbel, was toll aussieht, sondern eben auch mit diesem wichtigen Nutzen für unseren Körper, für Ihren Rücken. Die Bestellnummer ist die NC 3857 und die 569. Und die 569 ist natürlich in der Hinsicht wieder ganz wichtig, weil mit der 569, liebe Zuschauer, da sichern Sie sich immer unsere TV-Sonderpreise, gehen Sie in die Leitung 0181, 51, 51, dreimal die zwei. Und Kathi, für wen ist denn jetzt so ein Stuhl geeignet? Wirklich für jeden. Also jeder, der sich ein bisschen Entspannung nach Hause holen möchte, der einen Massagestuhl zu Hause haben möchte, der kann jetzt hier sehr, sehr günstig einkaufen. Wir sehen ja unverbindliche Preisempfehlung, 600 Euro. Der TV-Sonderpreis ist super. Gerade wenn man auch nach einem Bürostuhl sucht, nach einem hochwertigen, ist man heute hier sehr, sehr günstig dabei. Weil selbst, wenn man da wirklich mal schaut, in den normalen Möbelhäusern und so weiter, da kriegt man die Bürostühle, die normalen dann schon, für 300, 400 Euro, wenn man was Schönes haben will. Und das hier ist ja wirklich Premium-Qualität, muss man ganz klar sagen, für 332,45 Euro. Versandkostenfrei bis nach Hause geliefert. Wahnsinn, völlig richtig, was Kathi sagt. Wenn Sie im Möbelhaus waren, liebe Zuschauer, vielleicht auch erst kürzlich, erinnern Sie sich bitte in der Stuhlabteilung, wo es tatsächlich um diese Sitzmöbel geht, an die Preise. Ein normaler Stuhl, Standardausstattung, ohne Einstellungsmöglichkeiten, 300 Euro aufwärts. Das ist keine Seltenheit. Das ist klar, das ist Einzelhandel. Wir machen das natürlich ganz anders. Wir sind ganz anders in der Lage, hier den Preis zu gestalten. Deshalb nutzen Sie wirklich hier die tollen Möglichkeiten für den TV-Sonderpreis. Und, liebe Zuschauer, wir stellen Ihnen jetzt nochmal, quasi in einem Schnelldurchlauf, unseren ersten Bürostuhl vor mit dieser tollen Massagefunktion und diesem genialen TV-Sonderpreis von 208,95 Euro. Hier sehen wir nochmal schön die Einstellung, acht Massageprogramme, acht Massageprogramme. Sie können hier drei Intensitätsstufen einstellen, Timer 15 oder 30 Minuten. Die Massagezonen sind auch wählbar, drei Massagezonen. So ein Premium-Stuhl, so ein Premium-Bürostuhl, Wohlfühlstuhl für 208,95 Euro. Das ist so toll. Also ich verstehe, warum der so lange ausverkauft war jetzt, warum den jeder haben wollte. Jetzt ist er gerade wieder lieferbar für diesen tollen Preis. Das ist Premium-Qualität von Nugent Medicals, den wir hier zeigen dürfen. Vielleicht wissen Sie es, Nugent Medicals produziert ja auch unsere Premium-Massagesessel. Also da kann man wirklich perfekt jetzt zugreifen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und beide von unseren Stühlen kommen Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause, werden bis vor Ihrer Haustür geliefert. Das ist natürlich auch nochmal ein toller Komfort. Vielleicht, dass Sie auch gleich zwei bestellen. Vielleicht ist das auch mal ein schönes Geschenk für die Kinder oder die Enkelkinder, wenn die jetzt in eine weiterführende Schule gekommen sind oder wenn Sie für die halt einen schönen Schreibtischstuhl brauchen. Liebe Zuschauer, Sie investieren hier nicht einfach nur in einen Bürostuhl, sondern in Ihren Rücken oder den Rücken Ihrer Liebsten. Deshalb hier unser Angebot an Sie. Ein wirklich ultra bequemer Bürostuhl mit dieser tollen Rücken- und Knetmassage. Alles ist für Sie einstellbar unter der Bestellnummer NC 3857 und der 569 am Ende der TV-Sonderpreis. Hier absolut genial. 332,45 Euro. Das Ganze kommt Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Sie haben diese wunderbare Möglichkeit, das alles im Sitzen auch einzustellen. Das ist ganz wichtig. Sie haben bei beiden Stühlen diese tolle Standstabilität. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig für einen Stuhl, dass wir auch eine Bremsfunktion haben. Liebe Zuschauer, nutzen Sie ja wirklich diesen tollen Preis. Das haben wir nicht oft und Sie haben es gerade auch zum Anfang der Sendung gehört. Es ist so, die sind immer sehr schnell ausverkauft. Nutzen Sie die Möglichkeit, jetzt in die Leitung zu gehen. Holen Sie sich Ihr Sitzmöbel nach Hause und investieren dann auch in Ihren Rücken. Ja, das ist ganz wichtig, dass man da natürlich etwas für seine Gesundheit tut. Man sitzt sehr, sehr viel und da sollten Sie auch bequem sitzen in einem komfortablen, in einem guten Stuhl. Und den haben wir jetzt hier für Sie zu einem Spitzenpreis. Und das ist ganz wichtig, dass wir jetzt in Ihren Rücken, in einem guten Stuhl, in einem guten Stuhl.